Hallo liebe Unternehmerinnen, hallo lieber Unternehmer. Mein Name ist Sabine und hier kommt mein Geschenk für dich. Ich bin Expertin für die Entwicklung von Businessmodellen. Und ich stelle immer wieder fest, dass Unternehmen beklagen, dass bestimmte Maßnahmen, sehr häufig trifft es Marketingmaßnahmen, ja, nicht zum Laufen bringen. Dass sie sagen, das funktioniert nicht, das haben wir schon probiert, das klappt bei uns nicht, das passt nicht zu uns und so weiter. Und immer wieder stelle ich fest, dass es sich dabei eigentlich nur um die Auswirkungen handelt. Es geht nicht darum, dass zum Beispiel Facebook-Anzeigen nicht funktionieren und es geht nicht darum, dass vielleicht die Kunden einfach nicht gut sind, sondern es liegt sehr, sehr oft im Fundament. Nämlich in den grundlegenden Dingen des Geschäftsmodells begründet, warum dann die Maßnahmen nicht richtig greifen. Dagegen kann man aber was tun. Man muss sich die Sache einfach mal anschauen. Und man kann auch am Businessmodell an einzelnen Schrauben drehen, ohne dass man gleich alles über den Haufen laufen muss. Wenn du den Blick von außen suchst, wenn du gerne mal jemanden hättest, der da mental drauf guckt, der eine Kurzanalyse macht von deinem Businessmodell und dir den ein oder anderen Tipp gibt, was du ändern kannst, was du verbessern kannst, dann wende dich sehr, sehr gern an mich. Ich bitte dir dieses Gespräch, es wird ein Gespräch sein, in dem wir es analysieren, kostenlos an und freue mich, wenn du auf mich zukommst. Mein Name ist Sabine Vorteller. Schreibe mir gerne eine persönliche Nachricht oder eine E-Mail unter sabine-vorteller.com. Bis dahin, alles Gute.